So, Instrumentenkunde, Vorlesung Teil 2. Und zwar, dass Jagdhorn, ja, gibt es seit Mittelalter eigentlich schon. Und in den Gesellschaftsjagden dient es eben zur Verständigung. Und da gibt es spezielle Signale, die eigentlich die Jäger kennen sollten. Ein gefürchtetes, ein sehr beliebtes Totsignal. Totsignal, da gibt es ja die Signale für die Streckenlegung. Und wenn jetzt ein Fuchs auf der Strecke liegt, spielt man Fuchs dort. Ist sehr beliebt, wenn ein Raubtier erlegt wird. Aber bei den Bläsern nicht sehr beliebt, weil es ein bisschen schwierig ist. Aber ich möchte es Ihnen nicht vorenthalten. Das ist ein Fuchs doch. Das ist ein Fuchs doch. Vielen Dank. Vielen Dank.